meine lieben ich habe mir was überlegt normalerweise mache ich mal instagram stories oder die live ich habe noch nie wirklich doch außer der maledienreise das hat aber meine frau in die hand genommen ein vlog gemacht und für mich geht es morgen nach mallorca ich werde versuchen immer wieder die kamera drauf zu halten es erwartet viel programm ich hoffe die leute boomen mich nicht aus morgen erster auftritt er war im mega park ich kacke mir richtig ein jetzt schon mal großen dank an alle die mir so großartig geholfen haben vor allem vorneweg manny mark der weise der ist ein urgestellte man das gefühl schon die letzten 50 jahre happy birthday noch mal nachträglich frauenarzt dj teddy o der mir noch songs zurecht geschnitten hat wenn ich campbanden songs spielen will und natürlich lorenz büffel die haben mir echt sehr sehr geholfen ich gehe jetzt ins bett ich verpenne ich nicht wenn ich verpennen ist alles eh am arsch mallorca ihr habt keine ahnung ihr denkt immer alles so einfach ich habe richtig durchfall seit stunden tschüss nach drei stunden schlafen bin wach und fit klar zehn nach fünf ist schlecht hallo ich würde gerne auschecken und ein taxi ein taxi wäre super wie lange brauchen wir ungefähr zum flughafen ja super weil einige meinten ohr schwer halben stunde oder so sehr gut ich fliege rüber auf die insel heute abend singe ich da mallorca kennen sie mega park mega park das disco jürgen drews kennen sie denn nein costa korda lucas korda des und ich auch ich sehe auch ein tag singen 23 uhr einmal singen halbe stunde nächsten tag zurück ich singe meine hitze und dann hau ich ab hoffentlich kennt mich da jemand ich habe angst bisschen ich bin singer aber ohne gitarre nur mikrofon so jetzt kannst du das angucken und dann weißt du bescheid schöne lieder ja immer gucken das ist auch ein künstler von mir ja den habe ich berühmt gemacht und meine community ja ja talent show hat er gewonnen ich mache online so ein casting show der hat das gewonnen ja das ist ein sehr guter sänger letztes jahr bester sänger deutschlands schön schön ja okay taxifahrer einfach fan geworden er sucht leute die foto von uns machen können ja jungs live bin ich nicht ich mache vlog wie doch alles klar schöne grüste aus lissabon natürlich ja also wenn man ist aber mit der bescheid ich fliege mallorca jetzt okay ich wollte am automaten mein koffer geben 27 kilo drei kilo zu viel macht er nicht wie kann man drei kilo zu viel haben priority check in naja ich denke mal das habe ich mallorca schön eine rauchen natürlich guckst du gern montana black montana black guckst du gerne habe ich damals gerne geschaut aber zur zeit ja nicht mehr zur zeit bin ich auch wo fliegst du fliege mallorca ich trete heute auf megapark ich bin ich bin ich bin es ja kennst du ein lied von mir du machst du kein lied von mir also ich habe schon irgendwie mitbekommen scheiße auf gott megapark jetzt habe ich noch mehr angst er kennt kein lied auch alge heißt das lied alge 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 scheißflosse drecksflosse um was geht es um alge wasserpflanze 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 weiß irgendeiner muss die auch mal ehren die ist auch gut für die natur und für die die umwelt die kriegt zu wenig beachtung wir bleiben drin lange alge star ruhe das ist dann auf jeden fall was gutes da hast dich vor was gut sein für was gutes für die natur ja wieso hast du keine dauerne jacke dabei gestern hast du noch gesagt wir fahren in urlaub für 24 stunden schweine kalt hier heute abend megapark jetzt stell dir mal vor wetter wäre schön wo ist der megapark irgendwo da hinten da dieses gebäude irgendwo da hinten ist es schon dieser pool schön jedoch jedoch eine runde rein bikini an guck das scheißegal ist der urlaub wow eine küche wow mega geht es noch weiter das ist ein ausgang zum aufzug jetzt werde ich erstmal schlafen bis 15 uhr dann werde ich ein wort machen über die playa die frau die kennt mich nicht unten die kegelklubs natürlich die eine hat doch gelacht mit ihr die hat dich gemocht gemocht aber nicht gekannt ja doch gemocht ja wenn es sonst ist dich niemand so lieb wenn er dich nicht kennt natürlich hat sie dich gemocht bis heute abend im megapark hat sie gesagt boah kalt das ist gute nacht zwei stunden mittagsschlaf ich bin so aufgeregt ich bin wirklich extrem aufgeregt das macht mich immer so fertig ich ziehe jetzt die krone an die sonnenbrille gehen Richtung megapark dann haben wir einen toni dabei der ist von der booking agentur dann kriegen wir noch so einen schrank hingestellt oder vielleicht so zwei schränke die mitlaufen schränke die laufen können das wetter ist natürlich heute hier auf mallorca nicht so pralle finden die aber wahrscheinlich gut macht die läden voll dann spielt heute noch bayern gegen dortmund und vor allem wo ich mir am meisten Sorgen mache guck dir mal meine frau an mit dem neuen crowns pulli als kleid in meiner größe noch schöner schwarze natasha nur ticke zacke ticke zacke mega park ich habe alles vergessen was mir Marc auch reingetrümmert hat alles ich habe so gute tipps gekriegt von mani Marc und von Lorenz Büffel und ich weiß nichts mehr ich bin da hier ist Knossi im Megapark wollt ihr nach hause nein wollt ihr schlechtes wetter nein wollt ihr noch mehr party disco pogo dinga linga 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 heute schon hier gewesen luna bailando bailando und lucas cordales ich fand sie irgendwo allein in mexiko Anita ja wir kennen uns seit vielen jahren übers internet Knossos ja Knossos ich kenne Knossos auf der Insel heute hi Mama Susanne machen willst du das nicht? wir haben das hier geplant vor drei Wochen haben wir gesagt es hat geklappt ich weiß ja nicht ob er reinkommt erst ab 18 oh nein ja na scheiße guck mal er sieht aus wie 18 das ist wirklich so eine dreck so Party im Keller da drin ich weiß da kommt halt die Mama ah da ist ein Knossi schau schau hey hey die kennt mich wirklich ja ja ich sehe deine ähm ja Freundin aha ich habe äh felina 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 schau mach ein Foto Foto Mario Junge warum bist du nicht da komm in den Flieger komm auf die Insel komm an die Playa ja 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 naja 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 Mallorca an der Bussele haltestelle ey was das für ein Liner Bailando und Anita naja 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 ich mach so er kann das ey guck mal hier guck mal hier guck mal hier die Kippen hast du denn gekauft ey weißt was ja wie du die hier sind so bequem die schicken mit die geben ihre Visaparte geben ihre Pinnummer ich so und ich kaufe für alle ein geil was kostet die Stange ne also 10 50 ist aber teuer nein 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 hast ja mal 10 gekauft komm 42 aber das sind 20,50 Euro ja das stimmt als bei uns genau und was ich nicht verstehe muss ich jetzt älter im Datifree schon ich war mal hier noch wo im Datifree im Datifree ist nicht so teuer äh so billig ist nicht so billig das ist äh viel zu teuer ne super nimmst du mit und verpackst aber gut in den Koffer dass sie dich nicht erwischen nein die verpackt gar nicht wen soll sie kontrollieren ja das stimmt ja mich doch nicht nicht aber ich will das jetzt und wer war das jetzt wer war das jetzt der von der Bushaltestelle der von der Bushaltestelle ja das stimmt da 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 wir kommen sofort krass einfach jetzt tritt Luna auf Luna wie geht sie bailando bailando amigos adios adios ich werde doch besser aufgehoben weißt du unten wenn die Künstler auftreten von unten ey 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 ich bin nervös Frau Küsske es ist krass es wird krass jetzt starten wir vor Jahren Tom Gerhard ne Ballermann 6 kommt noch welchen Ballermann sind wir hier hin 5 Ballermann 6 krass ja ich zieh dir schon fast so aus ich bin Knossi ja ey komm Bombe alter kennst du mich? ja aber Kevin kennt dich der freut sich so dass du da bist heute und drück dir die Daumen als deine Videos gesehen dass du die Songs zu kannst von den anderen und so und er sagt einfach Bombe dass du da bist und er auch da ist natürlich geil wunderlich gut guck ja ja da war es auf komm hey warte 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 endlich hat dieses auch so angebohnt das war schlimm warte 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 gattet der dich an oder was geh ich doch mal zurück gleich Wow, ich bin bestimmt ein bisschen eifersüchtig. Natürlich, ich bin eifersüchtig. Du bist bei dir der, gell? Was für Calimero. Calimero, Calinichta. Heute Abend, Knossi, Megapark. Hallo, wir kommen heute nicht rein. Alge, 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 Alge! Hört ihr jetzt kurz an? Ich will nur mal sagen, ich bin so ein geiler Typ. Ich will meine Sohn Selfie. Können wir bitte ein Bild machen? Den Mann zu dritt, das ist meine. Meine Freunde! Geiler Typ, geiler Typ. Hey, ich muss ausprobieren. Und jetzt mal schwarze Natascha, du die Hände rührt mein Herz die ganze Nacht. Nur die Herzen, Natascha, nur du allein. Wunderbar. Dankeschön. Schatzi, küss mich jetzt. Nein. Ach was, der hatte schöne Lippen. Der hatte wirklich schöne Lippen. Du musst alles andere ausblenden. Du musst die Nase, die Augen ausblenden. Und dann ist es auch nur Lippen. Sonst hast du dich auch nicht so. Schinkenstraße. Wirklich. Für was bekannt? Gar nichts. Einer der geilsten Orte überhaupt. Schinkenstraße, Alter. Schinkenstraße. Ja, geil. Ja, geil. Ja, ja. Depp, 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 Depp. Depp, 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 Depp. Komm, komm, mach mich. Mach mich, mach mich. Meine Freundin? Ah, deine Freundin ist total... Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Alter Walter. Alter Walter. Alter Walter. Ey, kennst du mich noch? Das ist Kennis, mein Alter. Läuft bei dir? Ja, er ist es. Echt? Ich kenn dich noch. Alles gut, wie geht's? Ja. Warum keine Krone mehr verkauft? Nein, nein, ja. Also alte Modell, Mann. Wir machen jetzt eine Gagio. Vor drei Jahren war der wirklich hier. Ja, drei Jahre. Lange Kennis. Ich weiß nicht. Wow. Komm, gib eine Kette, Mann. Ah, für meine Frau. Du machst es doch. Ah, Alter. Das ist meine Frau. Ja, Schatz? Schöne Frauen. Du hast gute Kostura, ne? Natürlich. Ja, Mann. Schön. Aber guck mal ein bisschen Geld, bitte. Ich hab kein Kleingeld. Guck mal ein bisschen, Zeiss. Ich hab keine Scheine. Ich hab auch nicht. Ach, so läuft das ab. Guck mal ernst. Ich schau uns seit fünf Jahren. Ja? Krass. Ganz lange. Ganz lange. Boah, guck mir das an beim Play. Das ist so gut. Ja, siehst du. Ja, die hinten hinten. Okay. Ey, wie süß ist es. Oh Gott, Schatz. Guck dir das an. Geil. Ja, krass. Ja, krass. Das ist wirklich geil, Schatz. Guck dir das an. Und was sagst? Mega. Super. Geil. Mega. Mega krass gut drauf. Geil, jetzt ist es eine gute Stimmung. Sieg ihr, das ist gut. Ja, ja! Wow, Bayern 1-0! Alter, ist das eine Stimmung in dieser Halle! Das ist unfassbar! Heute Abend! Das ist die Arena? Ja! Schatz, das ist ja keine Ahnung. Komm doch mal so was bei uns. Ey, Jungs, ich war, als ich das letzte Mal so aufgeregt war. Ich habe schon viel in meinem Leben gemacht. Ich heiße mich schon lieber. Dann müssen wir machen! Ja, auf!